So, und nun mal zum Vergleich beim Recurve, der hat eine viel breitere Wurfarm, das heißt, da brauche ich immer ein Öhrchen klein, das untere, beim Recurve, wenn du das jetzt so seht, der hat schon da viel breitere Wurfarm, da kann er dann nicht so leicht rüber rutschen, das ist das einfach anders gearbeitet, wenn ich dort seit ein Öhrchen drauf mache, das wo unten, 25 ist circa, da hat es trotzdem noch genug Bewegung und nicht zu weit, dass es rüber rutschen kann, 25 unten müsste es jetzt sein, ungefähr, Fast exakt, 26, 27 sogar, also 25 lang beim Recurve, immer zu klein, wenn ich es mache, bestätige vor, dass das da innerscheuert, da müsst ihr immer gucken, dass das auch wirklich sauber auspoliert ist und die Kante schön verschliffen ist und keine scharfe Kanten sind, ne, 25 Öhrchen ist beim Recurve unten perfekt, dann fällt seine Kante leicht ab, bis zu, was kann das kleinste sein, bei dem Recurve jetzt, ne, bei dem Wurfarm, kann natürlich andere auch sein, vielleicht 22 ist immer noch okay, dann hat es immer noch genug Spiel, beim Ausziehen, liegt dir das nicht so auf, sondern wenn du das ausziehst, dann geht dir das Sehnenöhrchen so noch um, weil die Sehne im rechten Winkel zu deiner Hand geht, ne, also 25 ist fast ideal und wenn du jetzt dann ein Größeres hast, für oben drüber zum drüberschieben, ne, schau mal, du kannst jetzt, wenn du das jetzt so drüberschiebst, so noch, jetzt bist du her, normalerweise geht es bis du runter, so, jetzt halte ich da zu, jetzt fahre ich nach oben, mach es drauf, lang locker, ne, so, wenn ich jetzt hergehe, für den oberen Öhrchen, durchmessener, 30, 32, also 35, ne, schau, 35er Öhrchen lang für die meisten, Wurfarm, die sind jetzt nicht ganz so breiter, es gibt schon noch welche, die sind breiter, aber 35 lang fast immer, wenn ich das eh nicht mache, andere machen vielleicht 35 plus 32, keine Ahnung, ne, lang locker, bis du jetzt zum Abspannen, dann weiter geht das Öhrchen nicht, ne, wenn ich abspanne, dann schiebe ich das bis zu 100, wenn ich will, dass ein kleines bisschen Luft noch mehr ist, ne, dass ich ein wenig mehr das Spiel habe, dann habe ich 40er Öhrchen, 40er Öhrchen lang für den größten Recurve, ne, das ist jetzt auch bloß 38, 30, ne, also, habt ihr gesehen, kein Hexenwerk, ne?